Hi Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video von Prüfungsvorbereitung Metall. Vielen Dank, dass ihr Kanal abonniert und die Videos liked. Und zwar möchten wir heute über die Fertigungsoptimierung sprechen. Das ist eine Prüfungsaufgabe und zwar über die Hauptnutzungszeit beim Gewinde. Wir haben eine Aufgabe, die ist berechnen, die Hauptnutzungszeit für das Gewindeschneiden mit Vollprofilplatte. Es soll ein Außengewinde mit M8 hergestellt werden. Wichtig, wir wissen, M8 hat eine Steigerung von P gleich 1,25. Das müssen wir uns merken. Und wir gehen weiter zu den Werten, die wir gegeben haben. Und zwar, wir haben eine Drehzahl gegeben für das Fertigungsverfahren mit 800 Umdrehungen die Minute. Wir haben einen Plattenweg, das bedeutet eine Gewindelänge von 27 mm. Und wir haben eine Zustellung, das bedeutet Schnitte von 5. Das bedeutet, wir schneiden mit der Platte 5 mal zu, wir stellen 5 mal zu mit der Platte. Und das sind alles Werte, die wir brauchen, um die Hauptnutzungszeit zu berechnen. Wir gehen ins Tabellenbuch auf die Seite 320. Da finde ich die Seite für die Hauptnutzungszeit. Leider nur beim Drehen, aber das ist dieselbe Formel. Egal, ob es fürs Bohren ist, fürs Schleifen, fürs Fräsen. Wir haben immer dieselbe Formel für die Hauptnutzungszeit. Und zwar haben wir hier TH, das bedeutet Hauptnutzungszeit. Wir haben L, das steht für Länge. I ist immer die Anzahl der Schnitte. Das bedeutet, wie oft verfahre ich, wie oft schneide ich in das Material rein. N ist die Drehzahl, die wir haben. Und unser Vorschub F. Und zwar beim Vorschub, beim Gewinnen, das ist immer sehr speziell. Unser Vorschub ist immer gleich die Gewindestneidung. Und zwar haben wir beim Gewinde immer einen speziellen Vorschub. Das bedeutet, wir haben immer unsere Steigung als Gewindevorschub. Das bedeutet, F ist gleich P. P wäre dann 1,25. Das bedeutet, unser Vorschub wäre 1,25 mm. Jetzt setzen wir unsere ganzen Werte ein. Und zwar setzen wir hier auch unsere Steigung ein als Vorschub. Die Formel würde ich euch immer empfehlen aufzuschreiben, einfach weil es Punkte gibt. Wir setzen die verschiedenen Werte ein. Das bedeutet, 27 ist unsere Länge. 5 ist die Anzahl der Schnitte. I haben wir hier N. Das sind 800 Umdrehungen in die Minute. Und unseren Vorschub, der gleich die Steigung ist, mit 1,25 mm. Dieses Millimeter und diese Millimeter lassen sich rauskürzen. Und dann bekommen wir hier eine Hauptnutzungszeit, wenn wir es im Taschenrechner eingehen, von 0,135 Minuten. Und je nachdem, ob es euer Lehrer in Sekunden haben will, dann kann man das auch mal 60 Sekunden rechnen. Und dann bekommt ihr den Wert hier raus mit TH, die Hauptnutzungszeit, 8,1 Sekunden. Das heißt, um dieses Gewinde zu schneiden mit dieser Vollprofilplatte, werden 8,1 Sekunden benötigt. Und sehr oft auch in den Aufgaben wird auch eine Stückzahl angegeben. Das bedeutet, dann rechnet ihr zum Beispiel diese Zeit, vielleicht in Minuten sogar, mal dann zum Beispiel 1.000 Stück. Und dann bekommt ihr für euren ganzen Auftrag, für das Gewindeschneiden, die Hauptnutzungszeit raus. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt erklären, wie man die Hauptnutzungszeit beim Gewinde ausrechnet. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Abo da und einen Daumen nach oben. Ich würde mich darüber freuen. Viel Spaß beim Lernen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.